Ich bin vergiftet worden mit was Synthetischem aus China. Hilf mir, Doc! Sie haben dir den Beijing-Cocktail gegeben. Du kriegst kein Adrenalin mehr. Ei! Wenn du stehen bleibst, stirbst du. Ich habe noch eine Stunde, um die Rechnung zu begleichen, mich von meiner Freundin zu verabschieden und einen stilvollen Abgang zu machen. Ich muss nur lang genug am Leben bleiben, um das alles zu schaffen. Gib's mir. Achtung! Wo ist Verona? Ich weiß nicht, wo er ist. Au! Au! Du wirkst so gestresst. Was ist los mit dir? Ich muss dir was sagen. Ich bin Berufskiller. Wenn du mit mir Schluss machst, sag mir wenigstens die Wahrheit. Warte! Jetzt komm her. Du müsstest tot sein! Ihr seid alle Geschichte! Der unbekannte Amok-Läufer dreht ein letztes Mal auf. Mein Name ist Jeff Chalias. Und heute ist der Tag. Will痛gesch Muh 살�chalt! Du willst mich ausschalten!